Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute erkläre ich euch, wie ihr Winver installieren könnt. Dazu einfach mal den ersten Link in der Videobeschreibung anklicken und dann kommt ihr zu exakt dieser Seite. Auf dieser Seite auf Download klicken, also nicht irgendwo hier, sondern einfach hier rechts auf Download oder hier unten auf Download. Dann kommt ihr beides mal zu der gleichen Seite und dann braucht ihr höchstwahrscheinlich die deutsche Version, nicht die englische Version oder auch nicht irgendwelche Alternativversionen. Und dann klickt einmal hier bei 64-Bit-Version. Ich denke nicht, dass ihr eine englische Version braucht oder auch keine Alternativ-Download-Version, sondern die 64-Bit-Version. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr 32 oder 64-Bit wählen solltet, dann drückt einfach die Windows-Taster plus Druck bzw. Pause-Unterbrechung, nennt sich die Taste glaube ich. Und dann sehen wir hier auch 64-Bit-Betriebssystem. Und das hat fast jeder Prozessor bzw. jedes Betriebssystem ist 2017, 2018, 2019, ist damit ausgerüstet mit 64-Bit. Deswegen werden wir hier auch mal auf den 64-Bit-Version-Download-Link gehen. Und dann kriegen wir auch direkt ein Download angezeigt. Diesen können wir auch direkt öffnen. So, dann bekommen wir eine Meldung. Die seht ihr hier gerade leider nicht. Möchten sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an ihrem Gerät vorgenommen werden. Und dann klicken wir auf Ja. So, und dann öffnet sich auch dieses Fenster hier, wenn wir auf Ja geklickt haben. Und dann könnt ihr auswählen, wo das Ganze installiert werden soll. Ich installiere das auf meiner C-Festplatte. Und dann kann man hier einmal die Euler lesen, die auch jeder liest. Und dann klicken wir auf Installieren. Und schon installiert sich das Ganze. Hier brauchen wir erstmal nichts anklicken. Wir können hier auch gerne RAW. Also ihr könnt hier gerne was auswählen. Aber wenn ihr euch damit nicht auskennt, dann lasst das einfach so. RAW und ZIP, das sind die zwei häufigsten, warum man überhaupt WinRAR installiert. Und dann klicken wir hier einmal auf OK. So, und der nächste Schritt ist dann einfach auf Fertig zu klicken. WinRAR wurde erfolgreich installiert. Und nachher, und dann zeigt ihr den Pfad ein. Und wir klicken einfach auf Fertig. Übrigens, für WinRAR braucht ihr eigentlich keine Lizenz kaufen. Wenn ihr eine WinRAR Datei mit WinRAR öffnen wollt, dann einfach rechtsklick auf die Datei. Und dann mit WinRAR öffnen. Zum Beispiel hier zeigt ihr euch bei jeder Öffnung einer WinRAR, beziehungsweise einer ZIP-Datei, zeigt ihr euch an, dass ihr das kaufen könnt. Ihr könnt es auch einfach wegklicken. Und auch wenn ihr euch anzeigt, nach 40 Tagen ist diese Version abgelaufen oder sonst was in die Richtung. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die Version läuft nicht ab. Macht euch da keine Sorgen. Also WinRAR könnt ihr so lange benutzen, wie ihr wollt. Natürlich wäre es empfehlenswert, eine Lizenz zu kaufen. Ihr könnt das natürlich machen, wenn ihr WinRAR unterstützen wollt, was ich auch empfehlen würde. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit WinRAR und dem Öffnen von ZIP-Dateien oder den weiteren Datei tippen, die man mit WinRAR öffnen kann. Viel Spaß und ciao.